Merwala, Ben Friedrich, Amaburala, der Herkes-Banner-Fekrette, ja. Merwala, Laura, Ben. Hallo Leute, ich heiße Jönsar Cervan. Hallo, ich bin Belgien Kaplan. Ein Leben auf Deutsch und in Deutschland und ein Leben auf Türkisch und in der Türkei. Und das ist ein wunderschönes Gefühl, weil wir sagen immer, wir haben nur ein Leben. Aber ich habe dieses krasse Privileg, zwei Leben zu haben. Und der Muhtar, der brüllt in seinem Telefon, das ist kein Ausländer, das ein Deutscher. Und da musste ich schon lachen, weil irgendwie ist es natürlich quatsch. Ich bin Ausländer. Sizin gibi olmayan insanlarla bir araya gelebilmek, insanı çok geliştiren bir şey bence. Her zaman her şey güllük gülistanlık gitmedik, krizler de yaşadık, kötü günler de geçirdik. Ama biz her zaman şunu biliyoruz ki, her krizden kahramanlar doğar.